Toll, ja! Ich bin der Martin, das ist mein Hund die Nele. Ich war beim Rebe und wollte Futter für die Nele kaufen vom Hermann. Und dabei ist mir die tolle Dose von der Leica aufgefallen. Bei Hermanns, einer Bio-Tierfutter-Manufaktur, ist man davon überzeugt, dass jedes Tier ein Leben in Würde verdient hat. Darum hat sich Hermanns mit Tierheimen in ganz Deutschland zusammengetan, um ihnen dabei zu helfen, ein Zuhause für ihre Hunde zu finden. Zuerst fotografierten wir die kleinen Kerlchen. Zum Beispiel Lucky, Duke und Hannah. Dann entwarfen wir neue Etiketten und druckten sie auf die Dosen. Zum ersten Mal sind die Hunde auf Hundefutterdosen echte Hunde. Echte Hunde für ein echtes Anliegen. Der Erlös geht zu 100% an die Tierheime. Kaufen kann man das Futter bei Rewe, einer der größten Supermarktketten Deutschlands. Nach dem Hundefutter kam auch noch Katzenfutter hinzu. Und so bekommen die Tiere endlich eine Chance gesehen zu werden. Eine Chance auf ein Zuhause. Eigentlich wollte ich nur eine Dose Hundefutter kaufen. Und jetzt habe ich auch die Leica noch. Leica, hier! Super! 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 Super!